mhm 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 fuck ist aber nicht fast fertig schon so naja bei mir ist jetzt die hälfte jetzt hab ich die nämlich auch gestartet ja das ist mir nicht besser weil sonst ist immer unterschiedlich wenn ich quatsch aufnehmen oooh mhm oder der wartet noch auf dich kann auch sein ja ja kredi der schicke klamotten an rei komme hier vorne mal wieder jo leute und da sind wir zurück bei left for death 2 jihau und irgendwie labern die bei mir grad auf englisch ja hatte ich gerade auch ey ich will die Waffe nicht ich will zwei Waffen mhm hier links 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 neben dir ist noch eine zweite Waffe wo hier 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 wo äh weil die bestimmt glaub die Desert die Desert Eagle genommen haben so sag bist du white for teddy for ready ja ja dann ab ins Zombie gemetzelt wieder kann ich schießen kann ich schießen kann sie nicht schießen nö kann ich schießen wechsel mal Waffe hoch und runter ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen kann ich ballern äh es geht ja mal wieder gut los leute was hast du denn guck mal bei maus und tastatur nicht dass du irgendwie das gamepad doch eingeaktiviert hast wieso ist da aus bei schießen hm wieso auch immer ich muss immer wieder Waffe wechseln ja ich würde die doppelten nehmen lassen ein bisschen habe ich ja auch das war ja komisch boah so weißt du ja weißt du die sprechen englisch ne ja 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 warum auch immer egal stört mich weniger kann das sein als wir wegen den server host gemacht haben ja es waren aber wenn juckt warte mal warte mal bevor du weiter läuft options äh video so weit der einstellung wie kann man hier kein untertitel mit einstellenden äh video video erweiterte einstellung glaube ich na oder war das ne äh hä ich meine auf jeden fall werden ich habe das schon mal irgendwo gesehen untertitel ja auch multiplayer äh ne äh zuschauer aber sonst ist ja audio bei audio ist das bei audio ja gesamter text äh untertitel auch nicht zurück zum hauptmini zurück zum spiel gesamter text so hauptsache ja hä war eben noch inaktiv hauptsache wo kommen die denn her wo der chat nervt aber jetzt damit naja nicht wirklich finde ich wow da ist er noch mehr hauptsache haupt 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 ja ja also wahrscheinlich weil ich wirklich selber poste und über die karte macht das was auf englisch ist ja kannst es ja egal ja ich musste nachleihen das war das problem egal ich weiß nicht der flash ist ja im rumpa land wenigstens neues hallo was gab hier die lauten du machst du bist schon tot glaube ich so sagt du mal ja ich kann auch gesehen da kommen wir da sind noch mehr ich glaube wir müssen weiter runter was maschinenpistole maschinenpistole oder pumpkern pumpkern hallo oder kompon kann besser ich meine mitnehmen überraschung mal mit was haben wir denn da drin hier ist nix aber da ja was ist das für lernen wird das ja draußen wo geht er weg er kann man unerwartet ich glaube wir sind außen am rumschießen naja mich schon wollte das nicht machen ist das für ein nerviges zeug da draußen ach guck mal hier ist eine truhe jawoll erstmal nehmen ja man kann es dir gleich das nächste mit einsagen ja habe ich auch schon gemacht voll auf droge ich glaube die sind hinter den verbritterten nagel würde ja wohl aus morgen ausgerechnet auch noch nick haha du aller luther du aller luther einamiger und nötig die rohbombe weggeschmissen unnötig ist hier noch irgendwo was ach guck mal hey du arsch sehe ich nicht ein du hast gerade schon das eine verbraucht mir doch egal müssen wir da lang naja ich glaube schon da oben sind wieder zombies ich habe ihn auch noch gekriegt ja ich weiß wenn man an der tür schon kein bock kann sie aufmachen schade ich habe angst weiter zu gehen weil wenn ich gleich umdreht hast du dann siehst du haben sie schon kalt gemacht nick name das ist doch unmöglich vorsicht autos ja genau nicht die autos wieder leck mich doch leck mich doch am zück galli ne da hinter mir hinter mir kommt von oben wow ja die kommen alle von oben wissen wir müssen noch oben und dann müssen wir darüber nehmen ja wir auch schon gemerkt ich will aber nicht hier rein er ohne witz hat da jemand angst das hier so warte mal irgendwas mit wo schellen der 8 carrier kann nur leben ohne witz soll nicht rumheulen ich habe hier einfach mal drinnen gespritzt oder gegeben gegeben auch das hat sie mir wiedergegeben okay was haben wir denn hier vorne ist ja schon gott wo rochelle nervt nicht